Mein Name ist Roman Fehlert, Klimaschutzmanagement der Stadt Dahme und zum wiederholten Mal machen wir eine Aktion, diesmal zum Weltumwelttag. Der Weltumwelttag ist eine Aktion, die seit 1976 stattfindet zum Thema Umweltbewusstsein und Klimaschutz. Wir versuchen eine Aktionen deutschlandweit und weltweit zu planen. Wir in Dahme haben uns diesmal mit der Apotheke am Rathaus überlegt, was wir machen können und haben verschiedenste Aktionen ausgedacht, haben den Klimaschutz im Unternehmen etabliert. Mein Name ist Bettina Koch, ich leite die Rathausapotheke in Damme. Wir fangen an mit Kleinigkeiten, das heißt also wir kaufen bewusst noch unsere Reinigungsmittel ein, wir benutzen weniger Plastik, wir arbeiten sehr bewusst mit dem Licht, mit dem Wasserverbrauch. Alle Mitarbeiter sind hochmotiviert in der Beziehung, dass auch viele jetzt mit dem Fahrrad kommen, aus Überzeugung. Herr Feder hat uns sehr schnell davon überzeugt, wie schnell man Gutes tun kann, um dir mit den Ressourcen bewusst umzusetzen.